Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem kurzen Info-Video. So, ich würde sagen, damit hat fast niemand von uns gerechnet. EA hat etwas getan, was tatsächlich mal, ja, alles andere als... Es ist komisch irgendwie, aber es ergibt sogar Sinn. Ja, das haben wir ja selten. Aber egal, es gibt jetzt Preisranges. Also, naja, Preisranges auf Englisch, das heißt Preisreichweiten quasi auf Deutsch. Was quasi heißt, ihr seht es unten, jetzt gerade, beziehungsweise im Bild. Unter Hazard, Minimumpreis 310.000, Maximumpreis 470.000. Das heißt quasi, dass es ab jetzt einmal quasi unmöglich ist, Coins zu kaufen. Außer man nimmt Spieler, die auch den Wert haben. Und zur anderen Seite heißt es auch, dass man quasi keine besonders hohen Verlustzimmer machen kann. Und man kann die Spieler nicht mehr, also die Spieler können nicht mehr exponentiell im Preis so hoch steigen. Ich meine, allgemein wird das Coins kaufen dadurch extrem verschwert werden, erschwert werden. Aber es gibt auch einfach nicht mehr so hohe Preise, dementsprechend. Weil die Preise nicht exponentiell steigen können, wenn mehr Coins auf den Markt kommen, was aber sowieso nicht mehr passiert wird. Das ist also ein richtig interessantes Feature. Was ich ganz ehrlich mal sagen muss, das hätte ich so nicht erwartet. Schreibt mir eure Meinung mal in die Kommentare. Das ist wirklich eine große Überraschung, ich habe das gerade erst gesehen. Und Price Ranges hört sich an sich erstmal komisch an. Aber, ich lese das mal hier eben kurz vor. One of this feature has been activated. All Food Items, Players, Informs, Consumables and Club Items. And FIFA Ultimate Team will have a price range that sets the highest and lowest coin prices that each item can be sold to the transfer market. Was effektiv heißt, ja, alle, wirklich alle Verbrauchsobjekte, also Consumables, die ganzen Club Items, wie beispielsweise Trikots und so weiter, Spieler und Informs. Ja, das ist irgendwie das Gleiche, aber ist ja vollkommen egal. Die kann man ab dem Zeitpunkt wirklich nie mehr teurer verkaufen. Das heißt, es gibt quasi, was steht hier auch drin, die Features, die da mit sich kommen. Und zwar, help FUD Gamers understand the value of players in their club. Das heißt, wie viel sind die Spieler wert. Make high rated players more attainable for all FUD Gamers and enjoy a level playing field. Das heißt, dass alle ein ausgeglichenes Team, also, was heißt ausgeglichenes Team, ausgeglichene Chancen haben, die Spieler mal zu spielen. Beziehungsweise, dass das Ganze wahrscheinlich ist, dass du Spieler spielen kannst. Und further restrict illegitimate, das ist echt ein Scheißwort. Coin Transfer on the, äh, Coin Transfer on the Transfer Market. Das heißt, keine Coins kaufen mehr. Beziehungsweise, verschwert auf jeden Fall. Es gibt bestimmt irgendwelche Alternative, die irgendwie rauskommen werden. Aber, zunächst einmal ist das wieder verboten. Beziehungsweise, erschwert. Although the new FUD item price ranges will differ from current prices, their relative value to other players' items on the Transfer Market will remain consistent in order to maintain a level playing field for everyone, äh, for, ja, ne, nur for everyone. Was quasi heißt, die Preise werden sich von den aktuellen auf dem Markt unterscheiden. Allerdings gibt es dafür den Vorteil, dass man, ähm, dass die, äh, anderen Spieler quasi die, also auch weniger Wert haben. Also, ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Ähm, das ist echt, das ist beeindruckend. Here are some more important notes about the price ranges. All price ranges will be universal across Xbox, Playstation and PC. Das heißt, alle Preise werden gleich sein. Auf der Xbox, Playstation und auf dem PC. Was natürlich gut ist für die, die Coins gekauft haben auf der Playstation, weil die waren ja so günstig. Wenn ihr jetzt viele Coins habt, habt ihr jetzt, naja, außer ihr habt euch jetzt teure Teams gekauft, wäre natürlich scheiße. Aber wenn ihr keine teuren Teams habt, sondern einfach nur viele Coins, ist das natürlich geil. Dann, äh, when you list an item on the Transfer Market, the range at which an item can be sold will appear. Das heißt, ihr seht auch, für wie viel ihr die anbieten könnt. Und, äh, the FIFA team based off analysis, äh, past Transfer Market prices. Das heißt, ähm, quasi, die haben analysiert, wie die Preise früher waren und daran haben sie es aufgebaut. Open Bit Transfer will be unavailable after price ranges have been activated in order to list an item on the Transfer Market. You will have to set a buy now price within the price range. Das heißt, man kann auch nicht mehr einfach Gebote machen. Man muss einen Sofortkaufpreis einstellen. Man muss. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. The price range for each foot item will be set wide enough for you still, äh, for you to still enjoy trading on the Transfer Market. Das heißt, die price range wird groß genug sein. Beispielsweise gibt es einen Hazard für 310.000, das sieht man auch im Bild auch, und für 470.000. Ähm, the price range will for certain players may be adjusted in the future as we, äh, work to improve this feature over time. Was quasi heißt, ähm, ja, dass das Ganze angepasst werden kann von EA. Das heißt quasi, über die Zeit könnte ein Ronaldo jetzt einfach wieder teurer werden. Ne? New Inform Players, äh, ne, New Inform Foot Player Items will receive a price range upon release. Das heißt, ab dem Release gibt es quasi einen Preis für die Informs. Was extrem krass ist. Wenn man sich das mal so überlegt, die Spieler haben dann einfach direkt einen festen Preis. Das ist komisch, aber auch geil irgendwie zugleich, weil dann können die Preise nicht mehr so extrem hochschießen. Das ist echt ganz schön krass. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich mach euch mal ein paar Screenshots hier rein, beziehungsweise einen wahrscheinlich. Und, äh, ja, ich will einfach mal eure Meinung dazu hören. Schreibt es mir in die Kommentare, mich interessiert es mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Äh, es kommt nachher noch, beziehungsweise gleich noch, ähm, Karrieremodus. Sobald er hochgeladen ist, dauert noch ein bisschen, aber ich will den heute noch bringen. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.